Was ist denn noch ein Bus? Ich bin Gilbert Maxent, ich bin Maitre Composteur auf SIGTOM. Ich bin Maitre mit Pierre Fels. Ich bin erst als Guide. Ich bin Maitre, ein paar Monate später. Das Projekt me ermöglicht, in den Städten und auch in den Städten. Und auch in den Städten. Ich habe zwei Städten für die Dächer des Bars und auch in den Städten. My role ist der Verstattung, der Sie mit diesen Projekt zu unterstützen. Sie können die Elemente benötigen, den wirkültigen, die Verstattung auf dem Bars und das, und das Projekt zu machen. Das Projekt wird ein paar Monate zu machen. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das?